Herzlich Willkommen hier beim We Love MMA Podcast, lasst gerne einen Daumen nach oben da oder natürlich auch eine Bewertung bei iTunes oder natürlich auch ein Follow bei Spotify. Es geht einmal mehr um Jon Jones, denn nach dem Sieg von Francis Ngannou über Stipe, dazu gab es ja bereits am Sonntag die Episode, hat sich nun UFC-Boss Dana White zu Wort gemeldet in dieser Post-Fight-Pressekonferenz. Aber allen voran hat sich auch Jon Jones zu Wort gemeldet, denn Jon Jones war fleißig am Tweeten, er war viel auf Twitter unterwegs und er sagte wortwörtlich, werf mich doch einfach raus, diese Industrie ist nichts außer deprimierend und die UFC behandelt mich wie Dreck. Und das sind heftige Aussagen von einem Jon Jones, von einem der Greatest of All Time, den dieser Sport je gesehen hat, aber auf der anderen Seite muss man auch ein bisschen Kontra geben und klar sagen, hey, die UFC hat Jon Jones eigentlich immer ziemlich gut behandelt, Denn Jones hatte so einige Eskapaden, so einige Delikte und die UFC und Dana White haben immer wieder zu Jones gehalten. Selbst nach seiner Fast-Niederlage gegen Dominic Reyes war Jones nach wie vor Pound-for-Pound Nummer 1, bis dann eben Khabib gegen Gage gewonnen hat und so weiter. Das heißt, die UFC hat eigentlich nichts gegen Jon Jones, aber Jones nutzt das hier vermutlich als Verhandlungsmethode. Jon Jones möchte mehr Geld und das überrascht mich ein bisschen, denn eigentlich gab es vor einigen Wochen, entweder war das Jones oder Dana White. Einer von beiden hat gesagt, wow, ich hatte so gute Gespräche wie schon lange nicht mehr und wir freuen uns auf die Zukunft. Auch Dana White hat gesagt, bevor wir diesen Stipe gegen Engano-Kampf gesehen haben, hey, der Sieger wird wahrscheinlich gegen Jon Jones kämpfen. Jones kommt hoch ins Heavyweight und schnappt sich diesen Sieger. Jetzt klingt das aber Ganze plötzlich anders. Jetzt spricht Dana White von Derrick Lewis vs. Francis Ngano und Jon Jones spricht davon, dass man ihn doch bitte rauswerfen soll. Persönlich ist das ein Durcheinander und vermutlich Politik bzw. einfach Verhandlungsmethode auf beiden Seiten, sowohl auf Jon Jones seiner Seite als auch bei Dana White. Ich hoffe, dass sich diese Probleme klären werden, denn dass Jones schon wieder sagt, werf mich einfach raus. Das ist nicht das erste Mal. Jones hat schon mal getweetet, hey, wenn ihr meinen Wert nicht erkennt, dann lasst mich gehen, dann kann ich das nicht mehr. Das macht er jetzt nochmal. Ein bisschen gibt es da eine Parallele zu McGregor, der, wenn er keinen Kampf bekommen hat, zurückgetreten ist auf Twitter. Und Jones, der fordert zumindest quasi seinen Rauswurf. Ich hoffe, das klärt sich. Ich bin eigentlich ein großer Fan von Jon Jones, aber ein bisschen nervig ist dieses Drama schon. Oder was denkt ihr? Findet ihr das nervig oder nicht? Schreibt es unten rein, folgt WeLoveMMA bei Instagram und damit bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.